So, dann gehe ich mal zum Rainer und hole meinen Attest ab, weil ich habe ja keinen Schnurrbart. Ich bin die Frau Antje aus Holland. Und dann gültig bis zum Fünften, erste Bescheinigung, Baddruck, Unfähigkeit und schon lange. Schon lange. So, bitteschön. Super, du bist meine Rettung. Jetzt darf ich ihn machen. Viel Erfolg. So, dann machen wir noch drei Stimmen. So. 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 Vielen Dank.